Ah, das war gar nicht gelaufen! Ha! 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 Du bist so scheiße gerade! Du bist so richtig scheiße gerade! So! Herzlich willkommen zum 33... 333. Abonnenten-Special! Hinter mir ist die verfressene Hummel, die irgendwelche Kekse isst. Kekse! Kekse! Ich würd sagen, wir fangen einfach direkt mit dem ersten an. Perfekt! Mit dem neuen Update! Willst du dich eigentlich wieder setzen? Nö! Legst du dich jetzt aufs Bettchen oder was? Was? Was machst du denn? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle! Was zur Hölle! Ja, seit dem neuen Update war ich hier nicht mehr drin. Kann ich jetzt hier eigentlich... Oh... Ist das hier jetzt eigentlich... Hm... What the fuck? Hm... Hm... Das funktioniert wahrscheinlich grad gar nicht. Wetten? Hör auf zu lachen! Du bist so gemein! Oh mein Gott! Was ist das für eine neue Maus? Die stört mich. Gobi! Ach, das geht ja hier nicht. Da muss man wirklich... Gobi! Hey! Oh fuck! Ja, Mann! Ich kann nicht flüstern! Pst! So. Äh... Hm... Pst! Sei ruhig! Das funktioniert... Oh, das war intelligent! Sind wir live? Ja, wir sind live! Aber ich... Wir sind live! Aber ich weiß nicht, ob wir auch so wirklich drin sind... So drin? Wir sind in den Machern von WorldPank. Cool. Nach dem Kampf mal im Guck, ob das drauf ist oder nicht. Für über 100 historische Kampflugzeuge in Packen der 510 gegen 15 Gefechte. Was ja ehwisch nicht da. Ne, weiß auch nicht. Man hat es jetzt auch wieder Weihnachten gern. Juhu! Da steht mein Lieblingsplatz und stell mich da hin und warte eine halbe Stunde. Oder zehn Minuten, wenn nichts passiert. Hm... 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 Das sieht man gar nicht, das Spiel anscheinend. Ja, der ist hier. Aber ich glaub, Perfect World sieht man gar nicht, weil Raiders an ist. Oder weil Perfect World nicht mit diesem Stream-Programm funktioniert. Ich weiß es nicht. Das sieht man gar nicht, das Spiel anscheinend. Hä? Oh, ich hab aber drei Viewers. Oh, ich hab drei Viewers. Ja, der ist hier. Aber ich glaub, Perfect World sieht man gar nicht, weil Raiders an ist. Ich guck jetzt einfach mal, was man sieht. Oder weil Perfect World nicht mit diesem Stream-Programm funktioniert. Ich weiß es nicht. Das sieht man gar nicht. Vor allem man hört mich die ganze Zeit doppelt. Oh, ich hab aber drei Viewers. Ach, mach mir wieder zu. Funktioniert das jetzt? Wow, fuck, was mach ich hier? Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, ich hab aber drei Viewers. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich hier gemacht hab. Ah, das sieht man. Wissen wir nicht. Hummelchen, das geht nicht. Reparier es mir. Hm. Dann müsste die Wolf das Spiel ja auch nicht erkennen. Hattest du das nicht erkannt? Nee, ich glaube nicht, oder? Das wäre natürlich eine Erklärung. Dann kannst du die anderen Institutionen aber auch ausweiten. Ich caste aber irgendwas. Wer ist denn Labi-Tech? Ich hab schon fünf Viewers. What the fuck? Ja, es explodiert. Hm. Ich hätte das mal mit Perfect World ausprobieren sollen, ob es so funktioniert. Was ist das denn? Seit wann ist das denn hier? Vor allem, warum ist hier so ein Loch? Was zur Hölle? Das klingt bestimmt auch sehr interessant, wenn man das nicht hört. Was wir hier machen. Hä? Ja, was mach ich jetzt? Weck sich jetzt auf Raiders einfach um. Eine spontane Planänderung zugunsten von Raiders. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Hm. Ich glaube auch. Was ist das hier oben? Auf! Finger weg! Von mir, meine... Ach, ich wollte... Ach so, jetzt weiß ich auch, was ich gucken wollte. Geil! Hä, wer ist das? Ah doch, tatsächlich! Ah, ist drin! Okay! For life doch! Perfect World! Juhu! So. Kommt jetzt auch irgendeiner hier hin? Lässt mich nicht alleine? Schreib mal der Gilde. Ja. Von mir, meine... Ach, ich wollte... Ach so, jetzt weiß ich auch, was ich gucken wollte. Okay, warte. Dann mach ich das hier auch mal aus, damit ihr das nicht hört noch. So, und jetzt sind wir wieder in dem Spiel hier drin. Und irgendwie... Wo ist mein Sound hin? Das nervt mich. Ha! Da! Habe lange nicht mehr aufgenommen. Und feier hier gerade... Ich versuche meinen Abonnenten-Special zu feiern. Ist das Party-Gruppe? He-ho! He-ho! Wer ist denn in der Gilde alles online um diese Zeit? Nee. Streame live auf Twitch. What? Tweetsch. So. Läuft doch. Perfekt red läuft doch. Ich muss nur immer aus dem Spiel rausgehen, um den Chat lesen zu können. Und ich mache jetzt eigentlich auch nichts, weil es ja eigentlich meet and greet ist. Aber wenn keiner kommt, dann kann ich niemanden mieten und greeten. Kannst du mir wenigstens beistellen und mich dann unterhalten? Auf jeden Fall. Ich kann dir zum Beispiel die Zwischenstände aus der Fußball-Bundesliga... Ja, nein, erzähl mir mal die Zwischenstände aus der Bundes... 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 Bundesfußball-Liga. Yay! Aber mich kann man als Freund enden. Das ist auch eine schöne Aktion jetzt. Ja, endet mich einfach alle. Okay, wie viel steht denn bei Schalke? Es steht zwischen Nürnberg und Schalke 04 0 zu 0 nach 33 Minuten an alle interessierten Zuhörer. Also es steht 0 zu 0 Schalke gegen Nürnberg, falls das irgendetwas ist. Wenn jetzt irgendein Dortmund-Fan da unten unter den Leuten ist, dann habe ich natürlich verkackt, ne? Ja, Berufsrisiko. Ja, stimmt. Wer war nochmal Gorbi? Boah, ich kann mir Menschen einfach nicht merken. Außer dich, Hummelchen. Da mache ich ne Ausnahme. Waschbärbündnispakt. Guck den Stream, dann weißt du es! Den Stream, dann weißt du es! In Ruvalia auf dem Baum, weil das meine Lieblingsstelle ist. Aber ich bin an der falschen Stelle eigentlich, fällt mir gerade auf. Warte, was? Was schreibt Gorbi? Hä, hä, hä? Dann rede ich gerade in die Aufnahme. Schreib. Ja, das ist korrekt. Warte, ich bin hier falsch! Verdammt! Aber es gibt nur einen besonderen Baum. Mann! Das Special One. Das Special One ist äh, dieses One. Mit der Bridge. Ist das eine Bridge? Ich glaube schon. Oui. Hello! Leute aus meiner Gilde, die nicht an meinem Abonnenten-Special teilnehmen. Darf ich viele? Oh, es gucken nur noch drei zu. Ah ja. Hoppala. Du 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 du. Was ist hier eigentlich? Was leuchtet? Die ist ja halb nackt, oh mein Gott. Was ist das? Lohndetails. Goldene Ausrüstung... Ausrüstungstauschkarte. Okay. What the fuck? Hm? Mein Gott, jetzt werde ich hier angekackt, weil ich Hello immer schreibe. Ich schreibe immer Hello. Ist mir doch egal, ob ich das auf Deutsch oder auf Englisch schreibe. Das kriegt ja wohl jeder gebacken Hello zu übersetzen, manno. Warum hast du gelacht? Ja, ich? Ja, du. Weil das ein Smiley war. Ach so, ja das sind voll tolle Smileys. So hier, guck mal. Du kennst hier so richtig viele. Das verstehe. Ja. Voll gut. Das ist richtig gut. Da kannst du sogar in der Boutique neue Smileys kaufen, wenn ich weiß wo das ist. Hier im Chat glaube ich. Und dann hier Smiley. Hast du so Tigerchen oder so Affen und so Mäuse und ich glaube das soll ein Fuchs sein und so ein Schwein. Ein Schwein ist cool. Shio Mei ist unterwegs. Das ist so pervers, dieses Figürchen. Was habe ich denn alles im Inventar? Was ist das hier? Böses Panda-Jungen. Wieso kriegt man einfach ein Mount Geschenk? Das ist einer aus meiner Gilde. Hallöchen. Warte, wie heißt du? Wie heißt du? Oh fuck. Ich kann den Namen nicht lesen. Exaris. Wie bitte? Oh la la. Ein kurzes, schwarzes. Ein kurzes, schwarzes. Ein kurzes, schwarzes. In der Ausschnitt wird dir wahrscheinlich auch gefallen. Aber guck mal, ich habe ein Birdie auf der Schulter. Ist viel geiler. Und wenn er nicht lieb ist, dann hole ich dir den Boris gleich auf die Schulter. Ich glaube bei Raiders wird das gleich ein bisschen besser klappen, weil Evolve supported Raiders. Ist eigentlich total... Oh. Jetzt macht Exaris für uns eine Mondenshow hier. Find ich geil. Mondenshow! Ich weiß nicht, ob Exaris gerade mithört oder nicht, deswegen muss ich auch noch gleichzeitig schreiben. Aber das ist voll geil, das Kleid. Das gefällt mir voll. Wobei ich nicht so... So... Oh, Entschuldigung. So weit wollte ich nicht rein. Die fehlen ja zurück von daher. So schlimm. Hallo. So groß sind ja auch nicht. Ich glaube man hört sich auch gar nicht. Ist voll. Komm mal näher. Hopf. Hopf. Das ist doch auch... Du bist auch... Du bist auch... Du tust immer so, als wärst du so eine Anti-geil-Sau-Aufmerksam-Sau-Type. Okay. Kommst du hier? Ja. Ja. So. Wir machen müssen das hier immer eben und gruppieren. Damit ihr die Hummeln auch ein bisschen hören könnt, weil sonst denkt ihr die ganze Zeit ich rede mit mir alleine. Macht sie sonst auch immer. Aber... Diesmal hat sie eine Ausrede. Oh, ja. Wo sind meine ganzen Abonnenten? Ich bin enttäuscht. Aber es sind immer drei Leute da. Ja, das sind die drei. Das bin ich. Das ist... Labitec und Niko... 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 Lili... 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 Entschuldigung, wenn ich Sachen falsch ausspreche. Nicht verschwinden, bitte. Oh, ich hab noch was bekommen. Berle möchte mit euch handeln. Was? Wie? Man kann doch nicht... Handeln? Vielleicht ist er sie erst unsichtbar. Wir haben ein Twi... Twi... Was? Das würde mir Angst machen. Ich hab ein volles Inventar. Was ist das für eine... Die haben auch ein paar Icons neu gemacht. Revolution. Was ist Revolution? Achso. Wie hieß die Rebellengruppe, die in Sri Lanka während des Bürgerkrieges 1983 bis 2019? Keine Ahnung. Bis ich die Frage durchgelesen hab. Ist die Zeit abgelaufen. Tja. Zum Glück weiß ich es. Du bist ja auch das Brain von uns... Wow! Oh mein Gott! Er schreckt mich nicht so! Oh, die ist ja schön. Guck mal. Wer denn? Da! Das ist ein Monster. Ist das ein Monster? Ja, also es ist ein Pet. Von ihr. Weil sie ist eine Mystikerin. Sie ist wirklich... Ovalia. Oh, die kann knutschen. Die soll nochmal knutschen. Ohlala. Ja, das war klar, dass dir das gefällt. Jetzt nochmal eine Aufnahme. Oben auf der Brücke. Oh. Aber beim letzten Mal, beim letzten Abonnenten-Special waren tatsächlich zwei Leute da. Ich bin ganz enttäuscht. Und es ist ja auch nur ein... Es ist ja immerhin ein Gilden-Mitglied. Ich weiß gar nicht. Hey, alle Leute auch offline. Guck mal, da ist eine Cake Bomb. Lot of Sea und Katsch sind nichtmals online. Was ist denn da los? Was zur Hölle? Was ist da los? Wow! Was ist hier los? Ach, guck mal, Gorbi. Gorbi! Was hat er denn an? Hello! Aber Gorbi hat, glaube ich, einen Twink auch bei uns an der Gilde. Hm. Schöne Grüße hier auch an die liebe Freiheit. Freiheit! Gorbi hat pinke Schuhe. Einländlich. Ein pinker Spartaner. Nicht dein Ernst mit den pinken Sachen. Kululu. Kulululu. Oh mein Gott, wer ist das da? Was ist das da? Wer ist das da? Wer ist das da? Berlo. Ich finde das toll, dass alle Gilden-Mitglieder... Ich hab voll den fetten Buff. Der macht mich dick. Pregnant. Was? Nein. Was? Nein. Was? Das Lichtschwängerte. Das Lichtschwängerte. Das Lichtschwängerte. Was? Was redest du denn da für ein Bullshit? Tchuuu. Da. Ich finde das immer schön, dass immerhin die Gilde zu einem steht, auch wenn ich so selten online bin. Was ist das für ein Buff? Absorbiert einen Teil vom direkten Schaden. Nicht schlecht. Einen Teil, das ist ja sehr präzise. Ja, das steht natürlich präziser dann in der richtigen Skill. Beschreibung. Im Tooltip. Das hast du dann hier so... Weißt du? Wow. Ja, ich weiß. Das begeistert dich richtig. Geh mit dem Papagei spielen. Wir haben jetzt momentan auch noch neben Pete und Yuki haben wir auch noch einen großen Amazonen-Papagei. Das nennt man ihn auch. Das ist total süß, der Vogel. Das ist einfach ein Ungetüm. Und die liebe Hummel hat voll Angst vor diesen Papageien. Dieser Schnabel. Ihr würdet weglaufen, wenn ihr den seht. Als ob. Oh, es sind 4 und 9. Ja. Immerhin, ne? Voll super. Voll geil. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was Gorbi macht. He. 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 Aber wir schicken mal ein Smiley. He. 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 Habe ich alles nicht. Liste der Titel. Haben wir einen Titel eigentlich? Nö. Ist das alles grau? Nö. Man könnte meinen, nein. Ja. Mal wieder sehr erfolgreich. Wieder sehr erfolgreich, dieser dieses Event. Aber es war auch klar. Und ich habe schon wieder irgendwas. Oh, Level 100. Respekt. Abo, Special gleich Event. Bumm. Ich will auch mal hüpfen. Ja. Nein, du kannst es. Warte, du musst das so machen. Einmal. Und dann zweimal. Wow. Oh. Uh, geil. Ich werde rausgeschmissen. Es wurde getötet. Richtig toll.